Mit diesem Video erweitern Sie Ihren Russisch-Wortschatz und zehn Abschiedsformeln. Die ersten sechs Abschieds-Phrasen beginnen allesamt mit DA, geschrieben DO. Ein netter Herr ist in eine Dame schwer verliebt und hat sie wieder einmal gefragt, ob sie mit ihm auf ein Date gehen möchte. Und wieder hat sie darauf mit Auf Wiedersehen, geantwortet. Er seufzt. Das wieder. Nie, sagt sie ja. Das wieder. Nie, ja. Das wieder, nie, ja. Zwei Gemüseverweigerer möchten am Abend in ein Restaurant gehen, das DA, VEGGI, RA heißt und wo Gemüse RA ist. Sie verabschieden sich bis heute Abend mit DA, VEGGI, RA, DA, VEGGI, RA. Später, während Ihres VEGGI-freien Restaurantbesuchs, verabreden Sie sich zum morgigen Frühstück in einem Café, wo Sie kein Risiko laufen, einen gesunden Saftserviet zu bekommen. Sie verabschieden sich bis morgen mit DA, SAFT, RA. DA, SAFT, RA. Wenn das Reh des Weihnachtsmannes, das von ihm liebervoll, REGGI, genannt wird, ihn nach einer gelungenen Geschenkverteilungssaison fragt, ob es nun frei sein darf, sagt der Weihnachtsmann, DAFST, REGGI. Und schon hat er auf Russisch bis zum nächsten Mal gesagt, DAFST, REGGI. Wir wechseln in einer Kraftkammer und sehen, wie Bodybuilder am Ende ihres Trainings die Core-Übungen fertig machen. Dann verabschieden Sie sich bis bald voneinander mit DAFST, CORE-OVA. Also die Core-Übungen sind vorbei. DAFST, CORE-OVA. DAFST, CORE-OVA. Bis bald. Stellen Sie sich bitte vor, dass sich der legendäre Schauspieler Patrick Swayze am Telefon verabschiedet. Er sagt, DA Swayze. DA Swayze. Eine lockere Abschiedsformel für, wir bleiben im Kontakt. Ein Sportler hat ein Pokal gewonnen und sagt seinen Teamkollegen per Du Tschüss. Er winkt ihnen zum Abschied mit dem Pokal. BAKA. Zwei redselige Gesprächspartner können ihr Gespräch noch schwer beenden. Ein Blick auf die Uhr lässt sie aber plötzlich mitten im Satz ausrufen. U, wie dem auch sei, wir sehen uns. U, wie dem auch sei, ohne auch. U, wie dem sei. U, wie dem sei. Wörtlich, wir sehen uns. Wenn man eine Freundin auf Russisch mit SHISLIVA verabschiedet, hat man nicht JUST LEAVE, A, gesagt und die Freundin aufgefordert, sofort zu gehen, sondern im umgangssprachigen Russisch Tschüss gesagt und Glück gewünscht. Wie etwa in MACH'S GUT. SHISLIVA. Ein Pup namens Ivo wird heute aus dem Kindergarten während der Schlafstunde von seinen Eltern abgeholt und springt freudig auf. Die Kindergartentante flüstert ihm zum Abschied. Pst, Ivo, du brava. Und wünscht ihm so alles Gute. Pst, Ivo, dobrava. Nun haben Sie 10 russische Abschiedsformeln kennengelernt und können die neuen Vokabeln mit der Quizlet-Übung aus der Videobeschreibung trainieren und festigen.